Jaaa, läuft! Test, Test, Test! So, schönen guten Abend! Heute gibt es nur eine recht kurze Sendung und zwar zeige ich was man tun kann wenn man noch alte Reste hat. Ein Rest Suppe zum Beispiel. Oder mehr oder weniger altes Brot. Jo. Aber so ganz ohne frisches Gemüse geht es dann doch nicht. Jaaa, man merkt dass es spontan ist. Die Zahl der Zuschauer hält sich in Grenzen. Der Chat ist relativ ruhig. Die Zahl der Zuschauer hält sich in Grenzen. Nun wusstet ihr eigentlich was man von Bokuli nahezu alles verwerten kann? Neben dem Schild ist das noch wunderbares Bruchfleisch. Nichtsdestotrotz. Uh huh. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Suppe macht, das habe ich übrigens im letzten Video schon gezeigt. Mit einem guten Messer, muss ja nicht sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, das passt so. Das war's für heute. Natürlich könnt ihr auch wieder Fragen stellen. Ich glaube, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ihr Brot anbratet, egal ob altes oder frisches, angebratenes Brot ist geil. Sogar abartig geil. Jedoch wird es extrem schnell schwarz. Also gut aufpassen. Und man sieht, unsere Zuschauerzahl hat die magische Grenze von Null erreicht. Das ist gut, das liegt knapp über den Minusbereich. Das war's für heute. Ich lehne es gerade aufs Handy. Jemand zieht zu. Ich sehe den Namen aber nicht. Das sehe ich hier am PC komischerweise nicht. Aber egal. Ich lehne es. 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 Es ist schon eine komplett erfolgreiche Mahlzeit. Ja. Na, denke ich. Passt. Okay. Drei Zuschauer, was ist denn hier nur los? Hat Gronkh euch geschickt? Ja. Untertitelung im Auftrag des WDR, 2020 Übrigens, das Wasser von Teigwaren, es sind keine Teigwaren, ich weiß, aber das Wasser von Teigwaren im Vorrat zu salzen ist Bullshit. Das ist eine Verschwendung von gutem Salz und bringt nichts, weil das nachher eh wieder abwaschen muss, aber abwaschen tut. Höhöhöh, sagen jetzt böse Zungen, aber das zieht doch in die Teigwaren ein, halt die Schnauze. Olivenöl Olivenöl sollte man eigentlich nicht zu stark erhitzen, aber da pfeift es drauf. So, und die restliche Suppe nehmen wir in diesem Fall ganz einfach als Soße. So. 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 Hier habe ich gerade gefragt, was sich in der Suppe befindet. Karotten, Sellerie, Zwiebeln und Kartoffeln. Dazu eine Milch deines Vertrauens, Mehl zum Binden und selbstgemachte Bouillon natürlich. Auch das wird im letzten Video gezeigt. Sollte Kucke, Zwiebeln und Kartoffeln, zwiebeln und Kucke Schrauben. Sollte Kucke und Schrauben. Sollte Kucke in den Strömungen und Kucke. Sollte Kucke und Kucke. Das war's. Ah, ich bin beinahe im Wunder, dass die Aufnahme immer noch läuft, so kenne ich Facebook ja gar nicht. So, das ist jetzt für euch genauso langweilig wie für mich. Hoppala. Tja, und fertig würde ich mal sagen. Jo, Screenshot folgt.